Willkommen zurück zu Let's Play GTR 5 Multiplayer. Ja wir sind endlich soweit, dass jetzt mal die Banküberfälle rausgekommen sind. Und da join ich jetzt direkt mal in der Skype-Konferenz sind der Fabian. Dann der Sebastian vom letzten Maler. Und dann noch der Freaky Place, aber ich glaube der ist gerade nicht da, oder? Ja, ich glaube der ist nicht da. Ist aber auch egal, weil wir sind jetzt hier in so einem Banküberfall. Ich weiß jetzt noch nicht genau was mich erwartet, weil die kam ja gestern erst raus. Und ja, gestern konnte ich nicht spielen, weil da die Server irgendwie ein bisschen rumgespackt haben. Aber ihr habt ja schon den ein oder anderen Überfall mal gemacht, oder? Ja. Hab ich so gehört. Und lohnt sich das vom Geld her, oder ist das eher wenig was man da bekommt? Ja, das geht schon. Also bei dem hier kostet jetzt 500.000... Ich will Polizist sein. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich hier Polizist sein, oder was? Ja, das ist ja nicht egal. Polizist hier, ja. Ey, wo ist jetzt? Ja, ich mach ein... ich bin... Nein... Ja, was ist? Ähm... Was für ein Maskenstil... äh, Stil hast du? Wie bitte? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Was für einen Maskenstil du hast? Ich hab Schläger. Was soll ich hier nehmen? Ist das egal? Das ist doch bestimmt egal, oder? Welche hast du da? Welche hast du da genommen? Ne, ich hab jetzt Schläger als Maskenstil. Okay. Ne, die hier. Ich will so ne... Ach, jetzt hab ich's. Warte mal. Ah. Das ist gut. Also wir bereiten jetzt sozusagen erstmal den Überfall vor. Ich fahr jetzt... Ich will so und vorbereiten. Oder nicht? Na, ich weiß es nicht. Ich kenn mich damit nicht aus. Ich fahr ja einfach mal mit, wenn's dich nicht stört. Ich will jetzt streiten. Ähm. 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 Aber ich weiß jetzt mal was mit mir fangen. Keine Ahnung. Ich muss die letzte Streifenwagen. Der Wagen rutscht ganz schön, finde ich leider nicht. Und wisst ihr auch, wieviel Banküberfälle das jetzt so insgesamt gibt, oder? Es müssten fünf sein. Und ihr habt ja wohl alle schon mal gespielt? Nein. Das ist jetzt gerade der Zweite. Wer ist denn, ich bleibe hier? Ein oder zwei brauchen wir. Es gibt auch neue Fahrzeuge und Pistolen. Ja, die neuen Fahrzeuge, die habe ich jetzt schon hier mal auf Facebook gesehen. Da wurden die mal so gepostet, zumindest einige. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Zwei davon kann ich dir nachher schon mal zeigen. Müsst du einen Wagen klauen? Sebastian? Sebastian ist, glaube ich, gar nicht mal in der Gruppe hier. Ist in der Skype-Gruppe. Nein, irgendwie, das ist irgendwie irgendwas klauen. Ich glaube. Oh komm. Ich bin zu doof zum Fahren. Kannst du? Ich glaube, Patrick, ich glaube. Oh, der muss da rein, der ist aber nur. Ja, der muss da rein. Ja, der muss da rein. Ähm, wo ein Kuh ist, habe ich hier noch doch. Warte. Nein. Was ist das? Ah, ich habe geschossen. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja, ganz toll. Ein von mir wieder gefehlt. Ach, da habt ihr direkt alles verkackt, oder was? Ja. Oh, das tut mir leid. Da. Ja, mach. Das ist natürlich schlecht. Aber wie läuft das? Aber das passiert noch öfters. Ich versuchte einfach mal, dem, der dort reinrennt, zu folgen und nicht irgendwie zu schießen, weil ich wusste ja nicht, dass man dort unbemerkt rein muss. Das kann ich ja nicht riechen. Ich auch nicht. Naja, unbemerkt nicht, aber es ist einfach. Möglicher Anteil 19.000, okay. Das ist ganz schön wenig. Ja, nun, äh, Fabi. Was ist denn da? Ja, das ist das. So. Ich würde es alle probieren. Äh, probieren wir es jetzt mal leiser. Fabi, bleib da stehen. Fabi, da ist da auch nicht. Gut. Fabi, da ist ja auch so offenbar. Ach so, mit einer schallgedämpften Waffe geht das also. Okay, gut. Ich versuch mal, die anzunehmen. Okay. LoL. Was sind das jetzt? Verweich-Pistole. What the fuck. Rauch, wunderbar. Reiß. Ja, so, okay, genau vorbei. Komm, bei einer, nein, die Stern, die Stern. Da kommt ja eine. Ich sehe nicht, ich sehe. Alle angehalten? Ja. Hey, jetzt ist der Hand in der Kettel. Bleibt doch stehen! Ja, ich muss aufhauen. Ja, ich muss aufhauen oder nicht. Fabi, hast du Trotz? Komm, wir schlafen. Auf, da sind wir welche. Kannst du? Der Junge ist direkt. Ja, ich kann es schon mal. Wie kommt? Er du kommt? Ja, kann es schon mal. Das sind nur auf die Hochkump. Okay. Was ist das da? Das ist okay. Was ist das da? Das ist okay. Ja dann, ciao. Ich sehe mich auch nicht zu sehen. Ja, okay. Neeee! Oh Gott, ich bin der Leid. Ich bin der Leid. Alter! Wohooo! Alter geil! Ach gut, jetzt sind wir. Hast du's auch weg, Sebastian? Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Okay. Okay. Ich bin verwirrt. Alter, es geht doch schnell. Du bist neben mir im Auto, Janne. Ich muss... Du musst ein... Du musst ein... Okay. Die Karte ist richtig schnell, oder? Ja, komm, wir bringen sie vor. Ja. Ich finde, es geht gut. Boah, voll gegen das Auto gefahren. Oder? Ne, darf nicht. Sah so aus. Ehh. Sollte man hier schießen, oder? Ja, das versuchen zu nutzen. Ehh... Wo ist hier? Ist er jetzt? Ja. Fangen wir mit einem, ob wir mit mir die beiden oder mit einem noch nur fahren? Ehh... Mit dem, dann ist das gerade. Willst du fahren, oder bist du nicht fahren? Ne, mach mal... Oh, das war jetzt schlecht. Ey, ich bin der Profi. Natürlich, du bist der Profi, so sieht das aus. Konntet ihr eigentlich die Erweiterung gestern schon spielen, also diese Banküberfälle, oder auch erst heute? Gestern. Bei mir ging das irgendwie nicht. Ja, im Augenblick, gar nicht mehr. Ja gut, okay, ich hab's erst am Abend zum Neuen irgendwann probiert. Na dann, kein Wunder. Ich färfe aus Olcars, geil. Oh, was ist? Was ist denn das hier so laut? Das hört man ja übrigens, oder? Ja. Ich glaub mal Fabi. Du darfst doch Feuer. Äh. Du darfst ruhig schießen, Richard. Nein. Das Ding ist, vor uns kam dann die Polizei, wo ich hier anfangen hab zu schießen. Was? Ach, den Fahrrad, wo haben wir? Äh, ich versuch das halt die ganze Zeit ab. Sag mal, der stirbt nicht? Ja, hier, ich bin wiederkomm, die Polizei. Ich glaube, wenn ich schieße, ist es nicht gut. In den... Nein, oder? Wo du schießt. Ey, sag mal, wie oft soll ich den in Vorhermacht drücken? Ja. Ich bin echt so inkompetent, das kann einfach nicht wahr sein. Okay. Da hast du sie abgedrängt, wunderbar. Oder heute noch nicht? Da kommt der andere. Hallo? Das ist ganz schlecht, das ist hier ganz schlecht. Ich würde gerne weiterfahren. Na, ich bin echt tot. Jetzt bin ich tot. Na, ich bin echt tot. Ich bin aber tot. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Das kann nicht wahr sein. Aber die sind auch einfach nicht gestorben, ne? Die Spastis. Das ging nicht? Ja. Das ist noch mal. Guck mal, Herr 3. Vielleicht soll ich mich ja einfach nicht bewegen. Das wäre wahrscheinlich die optimale Lösung. Vielleicht. Ich glaube aber, wenn wir schießen, da kommt die Polizei immer und dann verliert man das Ziel da. Das ist auch nicht geil. Nein. Aber wir sind doch jetzt bei der Vorbereitung, oder? Beim richtigen Überfall bekommen wir noch dann mehr, oder? Ja. Da steht aber Vorbereitung immer. Ich weiß es nicht, aber... Na ja, wir werden es ja dann sehen. Ja. 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 Ja.